Ja, hallo liebe Freunde und willkommen wieder zu einem weiteren Update von Love's Second Base. Aktuell ist das Game in der 0.248 Version, also das August. Monatlicher Update ist aktuell jetzt erschienen. Es gibt ein paar neue Events mit Mike, aber die meisten kennen wir noch nicht. Aber es sind auch ein paar Artworks bearbeitet worden, gerade was Andre und sowas alles betrifft. Und ihr seht schon, irgendwie wirkt das Bild größer. Kann das sein? Auch die Symbole hier oben haben sich irgendwie verändert. Das Schauersymbol sieht jetzt anders aus. Wundert euch nicht, wenn ich ein monatliches Update durchführe oder ein monatliches Update. Ich nehme ja mal die neueste Version, die ich ja mal aktuell kriege. Dass sich da einige Sachen verändert. Der Venkruber hier zum Beispiel, die sieht auch ein bisschen anders aus. Wenn wir jetzt nach oben gehen, sehen wir auch, dass Ground Floor auch ein bisschen verändert aussieht. Also irgendwie sieht das Spiel, ich habe das Gefühl, das Spiel sieht breitgezogener aus. So näher herangesoomt, ich weiß nicht warum. Ich habe irgendwie das Gefühl, also ich musste erst dreimal nachgucken, ob ich gerade überhaupt die richtige Version spiele. Ob ich hier gerade eine Handy-Version spiele. Ne, ey, war irgendwie ein bisschen buff. Na gut, okay, gehen wir mal nach Bree. Hi, Bree. Alles gut. Okay, das ist gleich geblieben. Talking with Bree. Wir geben Bree mal einen Daumen hoch. Ich gehe nochmal eben ganz kurz auf die Voice-Lines rüber. Die sind schon hochgedreht. Alles klar, gut. Und das war die Voice-Lines mal so, wie sie aktuell sind. War ja auch alles eigentlich soweit zufrieden. So Kisten dürfen wir. Also aktuell, wie gesagt, ich habe ja gesagt, Kylie hat ja Abstimmung gewonnen. Ich habe die nächste Abstimmung noch gar nicht rausgefeuert. Das ist mir gerade eingefallen. Ich muss sie noch ganz dringend machen. Und zwar mit Samantha, welche Route wir da ungefähr spielen wollen. Da muss ich nochmal ganz dringend rangehen. Wir können aber mit Bree nochmal... Ach, wir müssen auch noch ein Halloween-Event finden. So, das machen wir mal ein bisschen rüber. Ja, wir müssen unbedingt noch das Dings-Menü um... Wir müssen noch... Wann ist das? Wednesday. Oh Gott, wie werde ich da zu Halloween einladen? Das ist eine schwere Entscheidung, aber gut. Wir kriegen schon irgendwas hin. So, wir haben Sunday. Wir haben fünf Energien. Wir müssen unbedingt nochmal duschen. Sonst geht hier ganz klar der Tag nochmal rein, weil... Klar, nimm das Bathroom. Ist mir egal. Wer glücklich mit dem Bathroom. Ich gehe nochmal zu Sasha und gehe nochmal... Gucken wir nochmal mit ihr zusammen Horror-Movie an. Nimm mir die Voicelite doch wieder ein bisschen zu hoch. Ich muss... Ja, seid mir nicht böse. Ich muss das immer ein bisschen runterstellen und anpassen, wenn die neue Update-Version draußen ist. Manchmal sind auch Kleinigkeiten dabei. So, wir haben noch dreimal Energielevel. Was müssen wir noch lernen? Haben wir... Haben wir Gitarre durch? Ich... Ich muss das mal ganz kurz... Nein, haben wir noch nicht. Haben wir Montag, ne? Äh, nee. Ab ins Bett. Aber einmal müssen wir was noch machen. So, die Rente haben wir diesmal... Die Rent haben wir diesmal gezahlt. Diesmal mussten wir Brie und Sasha nicht um Hilfe bitten. Diesmal ging es soweit ganz gut alles vorweg. Haben wir also hingekriegt. So, wir gehen nochmal was essen. Auch das haben die überarbeitet. Seht ihr das? Man kann das jetzt gut mal erkennen. Sehr, sehr gut mal erkennen. Ähm, wenn man die Updates monatlich mal runterzieht. Dann kann man das jetzt mal sehr, sehr gut sehen. Was sich gerade alles aktuell geändert hat. Wir könnten Brie auch einladen, aber sie wird nicht kommen. Ich glaube nicht, dass sie kommen würde. Aber wir müssen Dishes auch noch machen. Könnten aber jetzt gleich mal eben kurz nochmal Videogaming machen. Da müssten wir jetzt auf wie viel sein? 30% haben wir im Endeffekt schon erreicht. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. So, und ich werde jetzt mal wieder abfangen, um weiter Geld zu verdienen. Ich muss mir auch als nächstes versuchen... Ich wollte gerade sagen, wo ist mein Geld hin? Hi, Shorori. Äh, alles für die? Um Schredi? Ja, du machst das wunderbar, Shorori. Ich bin echt begeistert von dir, dass du das als Mutter mit einem Kind noch alles in den Griff kriegst. Mit deinem kleinen Baby hier, ähm, völlig overpowered. So, morgen Atlanta. Da brauchen wir nichts aktuell machen. Wir können jetzt erstmal ins Office gehen. Ich muss unbedingt... Ich muss unbedingt so viel hinkriegen. So, zack. Erstmal wollten wir noch einen guten Deal. Jetzt ist das Milch auch drin, was ich meinte. Ich habe das ja mal erzählt, dass ich ein kleines Problem hatte mit dem Update. Ähm, das meinte ich jetzt auch mit der neuen Handy-App, dass jetzt die Nachrichten wirklich schön in Textfenster ankommen. So, wie das auch eigentlich geplant gewesen ist. Das hatte ich in den Weekly-Update schon gesehen, dass das da mit reinkommt. Das sieht jetzt viel sauberer und cleaner aus. Äh, shouldn't bed for your health. You shouldn't smoke. So, kriege ich mir nicht Dominanzpunkte oben mit drauf. Hallo. Hi Kylie. Kylie, du bläst und bleibst meiner Auswahlmöglichkeit immer noch für Halloween-Date. Ja, wir müssen wohl wahrscheinlich Kylie wählen. So, wir haben nochmal was aufgesteigert. Dann nehmen wir Love. Äh, wir haben schon mit jemandem auf Kylies Ebene geflirtet, wenn mir das alles richtig in Erinnerung geblieben ist. und ne, flirt with another girl in front of Kylie Hi Brie Ich musste ja mal Was machen wir jetzt mit Brie? City together Ich glaube, das könnte schon sein, dass das getriggert wird dadurch. Ich bin mir auch nicht sicher ob das jetzt dadurch getriggert wird oder nicht Sieht aktuell aber noch nicht so aus Erstmal geben wir noch schön Brie Nachhilfeunterricht Oh yeah, I see it now Kein Problem Oh oh, ich habe das ganz große Gefühl, dass gleich Kylie mir den Arsch aufreißen wird Wir müssen auch aufpassen Nee Nee, ist nicht gekommen Aber wir haben auch das nächste bei Brie aktiviert, weil wir ja Dings gemacht haben Wir haben ja gesagt, wir wollen ja Gamer Brie spielen nicht Mildbrie Das werden wir auch machen Hi Kylie Ist echt eine unglaubliche Frau Erstklassig So, wir haben erst Montag Ich werde jetzt noch nicht Kylie aus der Reserve locken Aber wir können ja mal eine Love-Frage stellen Okay Kylie weiß, was anderes redet Hi Morgan Ja, ja, klar, erinnere ich mich doch Erinnerst du dich noch daran an die Halloween-Party, die wir mal irgendwann als kleine Kinder veranstaltet haben? Hättest du nicht Bock auf noch eine? Ich nehme die Mitte Wir könnten auch Shiroi einladen Halloween-Party Oh Gott, das wird so geil Shiroi in Halloween-Party Nehmen wir Kylie oder Shiroi Ey, eine von beiden wird es auf alle Fälle werden Das werde ich irgendwie Ne, werden wir sehen, wie wir das machen Aber eine von beiden wird es werden So, ich muss noch mal ein leichtes Training Will ich noch gerne mal machen Ein Workout Dann will ich noch mal eben schnell ab unter die Dusche Mit Hannah kriege ich ja automatisch zwei Bonuspunkte dazu Bin jetzt auch schon bei 58 Das sieht soweit ganz gut aus Wir haben noch mal mir mit den beiden Essen noch mal was Aktuell sind wir mit Geld Zum Glück nicht so In Conference, dass wir da Angst haben müssen Ich könnte jetzt aber mal langsam anfangen Noch den letzten Gitarre zu lernen Und jetzt habe ich endlich den Gitar-Skill gelernt Und kann endlich, wenn dieses Event mal eintrifft Wir gucken mal nach Beide sind im Bathroom Okay, das ist auch viel zu spät Da brauchen wir noch gar nicht hingehen Normalerweise aktiviert sich das In hier im Dingses Machen wir aber später noch auf alle Fälle Jetzt bin ich schon mal gewappnet Mit dem Sascha-Event weiter voranzustreiten So, wir gehen ins Bett Scheiße Und gleich eine Erkältung eingefangen Medizin haben wir aber Sehr schön Müssen wir aber auch wieder neu kaufen Es geht so weiter und so fort So, wir erstmal Medizin nehmen Und dann mal wieder runter Und erstmal was futtern Hi Hi Bri Ja Oh Mann Ne, warte mal Das lassen wir nochmal offen Falls wir Kylie sehen Machen wir Bri mal ein bisschen So, erstmal machen wir uns hier ein bisschen Points dazu Dann gehen wir einfach mal wieder ins Büro Und wir müssen arbeiten Oh, Shiroi Oh, Shiroi Also, ihr werdet Oh, Kylie Einer von euch beiden wird's werden Die mich zur Party begleiten wird Deswegen gibt's hier schon mal ein Amazing drauf Ich bin noch einmal überlegen Wie das sein wird Bei Aletta brauchen wir keine Punkte mehr sammeln So, einmal work hard bitte 56% haben wir damit auch schon mal reingeschränkt Und Kylie schickt uns schon gleich eine Nachricht I can't wait to go out on another date with you Wir waren doch noch gar keins The last one was perfect So perfect Was für ein letztes Date, Kylie Was ist los I just, like I always imagined Imaginate Would you be here Kylie, was ist los, man Ich war noch nicht mal auf ein Date mit dir Aber es sind schon mal gute Chorraussetzungen dafür Dass sie uns auf alle Fälle vielleicht doch Zum Dingses mit begleitet Lass mich das erledigen, Chorraway Alles gut Kein Ding Wir kriegen das alles geschissen So, Levis Gebe ich auch mal einen Daumen hoch, ne Die brauchen wir nicht fragen, ey Die wird irgendwie nicht mitkommen So, aktuell hat sich Bree gut aus dem Stand gemacht So, dass Kylie da nicht in der Quere hängt Ja, warum nicht What would you like me to be? Ein Maulwurf Mach mir den Maulwurf Okay, komm Wir machen mal weiter Also Kylie wird definitiv Eine sichere Also eine gute Bank werden Dass wir das hinkriegen Wir müssen noch mal Charisma arbeiten Das ist auch so verfickt scheiße aktuell Wie sieht's denn da aus? Können wir uns mal die Matte schneiden lassen? Noch nicht Haben wir eigentlich schon Ach, den Electronic Stomp ist auch angearbeitet Ja, die haben wir uns sogar schon geholt Sehr schön Wir haben uns sogar schon die Charisma Maschine geholt Das heißt, wir würden immer Ein Charisma Punkt pro Tag dazu bekommen Ist wahrscheinlich auch gerade aktuell Gar nicht mal so schlecht Was gibt's denn hier? Die müsst ihr euch ganz dringend auf Ne, was war das? Nicht die Ein Buch müsst ihr auf alle Fälle Euch garantiert noch mal ein bisschen backstabben Also das dürft ihr nicht vorher aus dem Fenster schmeißen Da müsst ihr ja aufpassen bei So, erkläre ich aber noch Wenn wir zur Runner Ihrer Storyline kommen So, 17 Uhr Können wir noch mal einen abwirken? Nö, dürfen wir natürlich nicht Aber wir kriegen immerhin Vier Bonus Points wieder mit dazu Komm, ich gehe in den Living Room Und zocken da noch runter Okay Free kommt Was hat sie vor? Free, was sollte das werden? Okay Ich meine, es ist auf dem Sofa So unauffällig bin ich auch nicht Ich bin kein Strich in der Landschaft Aber gut Yeah You seem pretty absorbed in your phone What are you reading? I don't know Oh yeah Details on the next Motor Race Just got leaked Oh Whoa Really? Anything interesting? A bunch of cool new stuff Here, take a look Yay, Motor Race Oh Oh New Drift System Hm, bei Motor Race New Drift System Wie sollst du denn Mit dem Motorrad diften können? Yeah The leak was really vague So everyone online is theorizing What it might mean Naja, gut, die meinen ja Ich würde ja sagen Das ist, äh Kennt ihr noch die Dirt-Reihe? Ähm Da gab's ja Oder Test-Drive-Reihe Oder vielleicht sogar Gran Turismo-Reihe Also in der Richtung her Würde ich das wahrscheinlich Gerade sehen Äh, ja Sure Grab me a Cola Mindestens einer So Want to play something? Za Are you ready? Like, university As Green Subscribe HDMI G Uh Uh I Was When You 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 wo findest du das dreckig das ist voll aufgeräumt alter meins ist wenn du weißt du den stuhl relativ interessant das ist ist das ihr euch da echt diesen gamerstuhl aus diesen aus dem internet herausgezogen habe ich schon mal gesehen genau ich wirklich schon mal gesehen das 1 1 gamerstuhl aus dem internet gibt es so keine sache so dann sind wir gleich mit dem real event auch durch wir zocken zusammen na was ist das ja so alt ist das spiel noch gar nicht damals gab es das ding auch schon man glaubt es gar nicht eigentlich hat das spiel schon so viele jahre auf dem buckel aber die haben schon sehr früh die switch gediebt auch nicht schlecht ne ich glaube da waren damals die ersten bilder der switch gerade mal auf dem markt gewesen das war noch nicht mal erschienen die nintendo switch aber trotzdem haben die jungs da schon sehr gut nachgebaut da kommt noch was ich werde hier irgendwann platt machen die wird es noch richtig von mir kriegen okay mach mal in aller ruhe ich werde in derzeit am spielstand schon mal manipulieren damit oder mir einige cheathacks runterladen damit ich dich nachher völlig eskaliert erschlagen kann eigentlich sitzen wir nur und gucken ein bisschen fernsehen und warten so hafft beim games were a few country cds ok eigentlich lustig eigentlich müsste eigentlich ist das ein falscher ort wechsel wir sitzen nicht im wohnzimmer sondern eigentlich sitzen wir ja noch bei brie im zimmer glaube ich na oder brie die ganzen klamotten hat er mit runter geschleppt da ist er schon wieder wir warten lang gedauert alles gut bleibt doch locker ach wir haben die cds von den country cds bei ihr in der hand genau gute frage du magst keine country music hat es aber arsch bei country cds und okay genau eigentlich ist doch scheißegal ob du jetzt metal hörst ob du country hörst ob du schlager oder was weiß ich doch was ihr wollt hauptsache euch gefällt die musik eigentlich ist es doch schon gescheiß egal und bei brie zieht es auch noch das sind alle also für sind wir mal musikmäßig mal ganz kurz unterwegs nur kurze ausreißer also musik jeder findet jeden anderen musikgeschmack irgendwie weird wenn du schlager magst und du triffst metler der wird zu dir sagen schlager ist total bescheuert und blöd und die schlager leute werden über die metaller sagen ihr seht aus wie was weiß ich aus dem metal ist total laut und schreien und dies und das total scheiße hip hopper werden sagen oder rapper werden sagen ja schlager ist total billig und kacke ja und würde ich nie machen und was die quatsch techno ist total billig und scheiße würde ich nie machen techno fans würden sagen ja sowas wie rap ist doch voll langweilig zum einschlafen wir brauchen richtige beats mit schnellen action deswegen würden wir niemals rap machen so aber im großen und ganzen ist es doch immer deine eigene sache von mir aus kannst du auch alles hören hast doch kein problem dabei genau was meinst du dann okay ist doch schön ist doch schön wenn es dir ganz zu hause erinnert ist irgendwie süß irgendwie doch ganz niedlich wenn sie dafür das hört meine güte okay kein problem würde uns zwar nicht stören wenn bri es erzählen würde aber ja ihr beide sind wirklich unterschiedlich wie tag und nacht das stimmt allerdings ja 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 ist wirklich toll bei ui nix 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 da ui nix 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 nr nix nix Ich habe eigentlich keinen Bock drauf, aber... Nichts, was ich jetzt tun kann. Wow, das ist eine sehr mature Art, um es zu sehen. Wirklich? Ja, wirklich. Ich bin beeindruckt. Hm? Okay. Danke, Brie. Das macht mich wirklich viel besser fühlen. Anytime. Ich bin einfach wirklich entschuldigt, dass ich es rausbringe. Hey, ich habe bereits gesagt, es war okay. Ich weiß, aber... Brie, es wird fein. Okay. Also, willst du ein paar mehr Rounds spielen? Sempre. Ja, wie gesagt. Okay, meine Güte. Ja, mit Samantha. Das Thema. Hm. War schon ein bisschen anstrengend, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, okay, wenn man sich in eine verliebt hat und zwei Kerle, das Thema... Oh. Hallo, Sascha. Hallo, Sascha. Du gerade auch hier? Mensch, was für ein reiner Zufall es gerade auch passiert ist, dass Sascha jetzt auch gerade hier ist. Ähm... Wir haben Tuesday, wir werden die Woche aber ja noch durchspielen. Das habe ich ja gesagt, wir werden immer eine Woche mal durchspielen. So, wir geben mal... Wir geben mal Sascha noch mal einen Daumen nach oben, noch mal mit ran. Ähm... Und... Ich würde jetzt sagen, eigentlich mit SaschaTV zu gucken würde sich nicht mehr lohnen. Weil das sind zwei Stunden, die ich dafür investieren müsste. Ich würde gerne einfach nur das äh... Bathroom aufräumen und danach mit den beiden einfach zusammen noch was essen. Damit das ein bisschen besser kommt. Ähm... Wir haben Cookingskills ja noch nicht gelernt, aber kriegen trotzdem einen Bonus oben drauf. Das ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Äh... Aktuell 60% haben wir davon. Wir können jetzt nicht Videogaming machen, weil wir von Bree dementsprechend richtig hart gefistet werden. Äh... 21 Uhr. Aber wir könnten nach oben... Können wir nicht, weil Sascha ist im Bathroom. Was macht die da? Komm, dann warte ich mal einfach. Sascha? Yes? Okay, ich darf rein. Dann geh ich rein. Stop it. Wir kennen uns gut genug genug, nicht daran zu bemerken. Cool. Danke Sascha. Sehr freundlich von dir. Ähm... Ich würde vielleicht gerne noch ein Bart nehmen, wenn es okay ist. So. Dann, äh... Eigentlich hätte ich gedacht, ich starte Saschas Event, aber irgendwie geht's noch... Es ist Halloween und wir haben noch... Warte mal, warte mal, warte mal. Wir haben niemanden eingeladen zur Halloween? Oh, da war aber ganz schön was verkackt. Okay, wisst ihr was? Wir nehmen den Notfallnagel. Sascha, willst du mit mir auf ein Halloween-Day gehen? Ich weiß, es kommt sehr überraschend. Ich weiß, wir kennen uns noch nicht so lange. Und ich weiß, du bist echt ein bisschen... Und vielleicht noch ein bisschen mehr als... Aber vielleicht hättest du ja Bock. Irgendwie. Surprise. Hey. Komm. Halloween. You and me, hä? Was denkst du? Hä? Ist das nicht eine geile Sache? Wir gehen noch als Aussie Osborn und als... Aussie Osborn. Hä? Ah, Sascha. Oh nein. Ja. Okay. Äh... Komm. Eier müssen raus. Eier müssen gezeigt werden. Äh... Just tell me what the matter. Okay. Komm. Okay, Sascha. Okay. Um... It's on Halloween party. Um... We're going... Be together. Right? No. No. Uh... You and me? Vielleicht Bock? But you are my date? Oh nein. I'm yours? Oh nein. Komm schon. Sascha Putzen. Und mein Arm. Oh nein. Das... Und meine Eier waren dran... Musst du dran glauben. Ach... Okay. Okay. Ja, ist okay. Alles klar. Hab ich verstanden. Also Sascha meinte, das würde nicht gut ausgehen, wenn wir beiden zusammen jetzt auf dieser Party sein würden. Gerade was Bri und sowas alles mit anbegehen würde. Da fällt mir was ein. Kylie? Nein! Gott, nein. Okay, vielleicht haben wir morgen auch noch Glück und wir können Kylie irgendwie doch... Was ist jetzt passiert? Wieso ist das reingepackt? Was ist jetzt kaputt? Hä? Oh fuck, was ist das denn? So, danke. So. Okay, komm. Wisst ihr was? Wir gehen einfach pennen. Vielleicht kriegen wir doch irgendwo eine Gelegenheit her. Ich weiß es noch nicht. Wir sehen es einfach nochmal. So, Winstay ist gerade am Start. Wir duschen mal eine Runde durch. Und ja, komm, irgendwie, irgendwas wird schon laufen. So, mit Bri haben wir jetzt ja ein bisschen mehr Freundschaft aufgebaut. Ähm, wir werden nicht weiter als Bri gerade aktuell kommen. Also jetzt, als diese Sachen hat den Grund, weil Bri aktuell, wir müssten dann mit Bri, ja. Ja. Ja, genau das machen, was man mit Bri halt machen sollte dann im Teil. Ich will sie auf Date einladen. Ah, ist das schön. Alles mit Halloween-Deko vollgeballert und ich habe kein Date dazu. Ich bin echt im Arsch. Hi, Sir. Hi. Okay, wisst ihr was? Ich warte noch ab. Äh, wir arbeiten erstmal. Wir arbeiten erstmal, gönnen uns einen Snack und trinken Kaffee. Und gehen in die Maul. Lass uns noch die Haare schneiden, damit wir auch ein bisschen hübscher aussehen. Gehen in den zweiten Stock und erleben, dass keiner hier ist. Wo ist sie denn? Okay. Hallo. Hi Kylie. 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 Willst du gerne mit mir auf die Halloween-Party gehen? Oh mein Gott. Kylie. Have you got any plans for Halloween? Ah, scurrying people? Ja, sowas naats. Oh. Schön. So you're still intro trick on treat? Vielleicht hast du ja auch Bock, was anderes zu machen anstatt das. Eigentlich meinte sie das nicht. Ja, klar war das, was du meintest. Ja, glaubst du, ein großes Kind in deinem Herzen. Sie würde eigentlich nur uns erschrecken. Aber gut, okay. Whatever, Kylie. Uh, it's just that we are having a Halloween-Party at my place. And I wonder if you, if you be my date? Yes. Kylie zieht immer. Sauber, Kylie. Danke dir, Kylie. Kylie. Beste von allem. Auch wenn sie mir das Messer an den Rücken gerammt, werde ich es mit Genuss genießen, weil sie zu mir jetzt halt um die Party gekommen ist. Ah, sauber, Kylie. Sauber, sauber. Äh, jo. Is that a problem? Another girl looking at you all night? Okay, ist okay. Ist angekommen, ist angekommen, Kylie. Kriegen wir schon den. Also die anderen Girls werden heute Abend nichts Gutes zum Gucken haben. Sag ich euch gleich schon, wenn Kylie auftaucht, ist hier Feierabend. Und, äh, bin mal gespannt, was für Kostüm sie anziehen wird. Hast du überhaupt Kostüm? Okay, Kylie hat eine Idee, die sie einsetzen wird. Okay, gut. So. Oh, danke, dass wir Kylie auf alle Fälle dabei haben. Und wie es dann weitergeht bei der Halloween Party, sehen wir dann einfach beim nächsten Mal. Ich bin nämlich ein Arsch und mache jetzt Feierabend. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder, äh, weitergeht mit Love, Sex and Base bei der Halloween Party. Und wir freuen uns schon auf Kylie, ihr Kostüm. Und mal sehen, wie es wird. Also, bis denn.